Hey Toreador, Sie gibt das Startzeichen. Wir fahren auf den Abgrund zu und der Erste, der aus dem Wagen springt, der ist der Hasenfuß abgemacht. Denn Sie wissen nicht, was Sie tun, zeigt James Dean in seiner Glanzrolle. Schau den Werfer an! Durch seine intensive und gefühlvolle schauspielerische Leistung wurde Dean mit diesem Film zum Idol vieler Generationen.